... Nationen, da jetzt vereinen, auf dem berechenbares Element einbringen. Nishimura, da man ihn... ... schnelle Golle. Selbstvertrauen erwarten, die Mannschaft ist technisch beschlagen, wirkt stabil und es wird... ... eine Begegnung erwartet, auf Biegen und Brechen, auf Sekunden, warum der Japaner so früh die Gelbe... ... Nishakilia, Laufhin... ... noch keine... ... eine grosse Torgefahr. Er war im Seitenaus gelandet, muss Zhaoyan Hacham abbrechen. Ähnlich wie die Young Boys mag es auch das Team von Servet Genf. Der zweite Ball, der von einem Berner-Verteidiger aufs eigene... ... ist er geblieben in dieser Servet-Mannschaft. Die Servet-Kombination im Mittelfeld. Dann aber die Young Boys mit Hacham. Klasse! ... 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